Mein Name ist Kurt Krohner, ich bin Physiotherapeut und bin bei uns in der Klinik der Therapeutischen Leiter. Mein Team und mir ist es besonders wichtig, dass wir die Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch flexible Arbeitszeitmodelle und Teilzeitmodelle gewährleisten können. Hohe qualitative Arbeit erfordert vielfältige Kompetenzen, deshalb legen wir großen Wert auf Fort- und Weiterbildungen, deren Kosten wir bis zu 100 Prozent übernehmen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür freistellen. Wir bieten in unserer Klinik ein umfangreiches Präventionsangebot an. Dies umfasst unter anderem das Training in der medizinischen Trainingstherapie sowie die Nutzung des Sauna und des Hallenbades.